Hallo, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man eine Reiseroute mit Google Maps darstellen kann. Ausgangspunkt ist die Google Suchseite. Hier wähle ich nach Klick auf das Google Apps Symbol Maps aus. In Google Maps klicke ich auf die Schaltfläche Wegbeschreibung und tippe im öffnenden Fenster den Start und den Zielort ein. Nach Klick auf Suche wird eine von mehreren Routenvarianten angezeigt. Man kann noch das Verkehrsmittel auswählen. Die Routenbeschreibung blende ich nun aus. Mit der Zung-Funktion Plus oder Minus oder auch mit der Steuerung-Taste und Mausrad kann die Ansicht geändert werden. Mit gedrückter linker Maustaste wird das Bild an die richtige Position gerückt. Durch Anfassen der weißen Punkte auf der Route mit gedrückter linker Maustaste kann die Routenführung geändert werden. Neben der Kartenansicht gibt es auch noch eine Satellitenansicht. Ich entscheide mich für die Kartenansicht. Mit dem Snipping-Tool von Windows mache ich nun einen Auswahl-Screenshot. Diese Aufnahme speichere ich nun als JPEG-Bild. Danach kann dieses Bild beliebig weiterverwendet werden, z.B. in einem Fotobuch, in einem Reisevideo etc. Viel Spaß bei der Umsetzung.